Hi Leute, ich weiß gar nicht, was ich dachte, auf jeden Fall, ich gehe jetzt dann rein, weil es ist einfach viel zu heiß. So, ich gehe jetzt in das Zimmer, meine Geschwistern will das, es ist am kühlsten, meine Eltern sind gerade in meinem Zimmer. Ja, um 10 Uhr kommt ein Block im Freibad am Trampolin und Glätter.